So Freunde, ich muss immer aufpassen, dass die Aufnahme läuft. Aber es läuft so. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, was ich vorhabe. Weil ich was mitgenommen habe in der letzten Folge. Und daher will ich nochmal das tun wir hierher. Dann machen wir die 2. Ja, ich will ja nicht hier. 2, 4 und natürlich die 1. Frohe Weihnachten, Freunde! Ich muss da immer an Weihnachten denken, an den Christbaum. Um... Dude. What do you mean on? 4, 2 3, 2, 2 Genau. Damit wir ein paar Hirschgeweihe haben, weißt du? Und der Kopf ist schon wieder da. Dieser. Ah, der Kopf ist schon wieder hier. Ich wollte nicht den Kopf. Ich wollte nur... Was sind diese überhaupt hier? Können wir das jetzt abbauen hier? Der braucht mal Aufwertung. Anders geht das nicht. Oh, jetzt wäre ich bald falsch. Falsch, Rain. Das sag ich euch. Hm. Und da ist der scheiß Baum, da hänge ich jedes Mal drin. Den muss ich mal wegbauen, da. Der nervt. Also, auf euch, meine Freunde. Pink. Wir wollen ja abbauen jetzt. Ich bleib doch stehen dann. Okay, dann. Dann lass mich in Ruhe, wenn du nicht kämpfen willst. Da ist ja das Vorkommen oben. Und das will ich ja mitnehmen. Was ist denn hier noch? Aber die Skeletor ist da, oder? Die Skelette da? Die sieht man auch nicht mehr. Sonst waren immer hier die Skelette. Die kommen auch nicht mehr. Und wieder so scheißdunkel. Ich muss vom Wasser raus, immer. Und dann erst wieder die Waffe auf. Das ist immer so ein Schmarrn, wenn man vom Wasser raus geht, wenn man die schon gebraucht hat, dass man wieder aufsetzen muss. Ich muss mich ein bisschen aufwärmen. Du fängst an zu frieren. Macht nichts. Wir haben unser Feuer hier. Wieder ein bisschen einheizen. Mit der 4. Wir können noch ein bisschen Holz gebrauchen, oder? Wo ist denn jetzt da die kleinen Sträucher? Sonst sind nicht mehr so viele Sträucher hier. Damit wir... Ist ja gar nichts mehr. Wo ist denn das Feuer jetzt? Wo ist denn wir im Feuer hingekommen? Hier. Ist nur ein Ost, oder? Nee. So. Das wird wieder ein bisschen herhalten. Aber die Trolle, die respammen nicht. Also die spawnen nicht mehr. Anscheinend. Und die Skelette auch nicht mehr. Das ist nicht gerade so. Und die Dungeon auch nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. zu stabil. Achso, das ist ja... Können wir den mit dem? Ah, da kann man ja jetzt ein bisschen aufwerten. Wird zwar nichts nützen. Bei dem Baum werden wir nicht flach kriegen. Aber die Spitzhacke ist stabiler dann und aufgewertet. Fünf. Boah, was machen wir eher für einen Scheißdreck hier? Jetzt kommen wieder alle. Und ich bin vergiftet worden mit seinen... Die haben ja angekotzte. Kommt her. Und die immer werfen. Kommt her. So. Ach, komm. Du brennst. Junge. 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 Du wundernst. when Der wirft nicht mehr Steine. Und du auch nicht mehr. Gut. Dann darf es Tag werden. Ich wollte nur schauen. Aber es kommt noch was. Hier ist doch noch was. Da unten... Oh mein Gott. Ich geh wieder ans Feuer. Komm schon. Habe ich schon die Waffe an? Jetzt kotzt er wieder da. Meinige. Der kotzt mich jedes Mal hier an. Am wenigstens hat er Bäume dabei. Zum Nachheizen. So. Ich glaube ich schwimme rüber. Und schlaf mich aus. Das dauert zu lange die Nacht immer. Das ist so nervig. Die können es ein bisschen kürzer halten. Und da müssen wir wieder essen auch. Und da ist der Baum wieder. Und dann können wir auch das Material schnell weglegen. Haben wir wieder mehr Platz. Jetzt haben wir lange genug. Nichts gesehen. In der Höhle. Dann müssen wir nicht da auch noch die ganze Zeit... Ah, halt. Ich wollte das da rein tun. Das können wir rein tun. Den Stoff können wir anders lagern. Das können wir lagern. Das können wir kochen auf alle Fälle. Ja, das nehmen wir auch mit rein. Dann könnten wir das auch drin lagern. Lagern wir... Lagern wir in den... Den können wir hier lagern. Ah, halt. Den können wir hier lagern. 20 Köpfe können wir... Und das andere brauchen wir eh. Das können wir auch reinlegen. Kohle können wir auch reinlegen. Die Köpfe können wir eigentlich auch... Da können wir eigentlich alles zuerst mal schauen, ob wir es rein tun. Du trägst zu viel. Aber das auch noch. Was tun die da? Ähm... E... Was tun denn die da? Frag ich mich. So. Erstmal... Dorn hinlegen. Hinlegen. Schlafen. Aufwachen. Aufwachen. Fleisch unter. Da war Kohl's nicht, gell? Kein Platz mehr. Ich brauche ja keinen Platz mehr. Was haben die Schwäne? Was ist denn da los? Hier können wir die Sticks her tun. Hier können wir die Sticks her tun. Holz hinzugefügt. Hier tun wir die noch dazu. Den Kopf können wir hier hin tun. Ich würde gerne den nächsten Post sehen. Die könnten wir auch woanders loggen. Ähm... Dann können wir das hier loggen. Ah, da haben wir schon ziemlich viele drin. Die sind schon voll. Steinchen. Hier ist noch ein bisschen bloß. Okay, das haben wir reingetan. Gut. Ah, ist das was? Ist das was? Und die Knochen kommen wir draußen. Was ist denn das jetzt? Wildschweintrophäe. Wer war hier? Da war wieder einer hier. Das war wieder das Scheißding da, oder? Jetzt wären sie zahm gewesen. Und jetzt hauen sie mir die kaputt. Ist da eins noch überein? Kein Wildschwein mehr. Meine Güte. Die da wische ich. Zwei Bienen wieder. Das ist doch so ärgerlich. Das ist nervig. Da hast du einmal jetzt die... Die Bienen... äh die... Die... Die Schweine im Griff. Und dann sowas. Ruhes Fleisch. Meine schönen Schweinchen. Wer war das? Ich bringe noch mich. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Meine schönen Dinger. Und er hat sich wahrscheinlich dann verzogen. Mei. Jetzt... Schande. Jetzt tut mir alles weh. Okay. Leder haben wir auch hier. Ne. Das nervt jetzt auch. Heimtückisch. Heimtückisch. Das gibt Roche. Drei. Warum... Warum gehen sie auf meine Schweinchen los? Holz. Holz, Holz, Holz. Meine schönen Schweinchen. Jetzt wo wir sich an uns gewöhnt hätten. Nein. Ich krieg dich. Wir sind so an einen falschen Platz geraten. Die Bienchen tun wir jetzt hier hin. Die Steinchen hier hin. Dann tun wir das Leder auch rein. Mei hätte Beeren erst essen sollen. Das Lager müssen wir auf alle Fälle irgendwann noch... ...reparieren müssen wir auch noch. So. Wenigstens ein Stock ist noch heil. So. Das müssen wir bald eben machen. Jetzt pass auf. Jetzt probieren wir mal den Stein hier. Ob der weg geht. Jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir Berge abbauen. Kriegen wir da keine Steine raus? Doch. Einen Stein für den ganzen Felsen, was wir da wegbrechen. Das ist aber schon ein Witz sein. Wir haben hier Felsen, weil es Steine wegheben. Da bröselt. 20.000 draußen. Dann kriegen wir nur einen. Dann gehen wir in. Aber ich spiele jetzt. So. Weißt du. υ Ja, das bringt schon was ein bisschen. Jetzt wird es. Jetzt wird es dann. Jetzt müssen wir den weghauen. Dann haben wir da wieder Platz. So. Und dann können wir... Jetzt haben wir den weggehauen. Jetzt muss ich die wieder suchen. Hacke. Können wir jetzt mit der Hacke auch anders arbeiten? Eins. Geht nicht. So. So. So, jetzt können wir mit der Eins das ein bisschen eben machen. Da müssen wir noch mal her. Hier nicht möglich. Top. So, zwei. Eins. Jetzt wird es, oder? Freunde. Zwei. Dann hauen wir hier noch mal ein bisschen her. Dann wird es schon. Das wird jetzt, das wird jetzt sauber. so. Oh. Hier kann man durchgehen. Und dann können wir hier auch noch... ...müssen wir noch ein bisschen ab. Hier müssen wir noch ein bisschen ab. Ich will ja nicht den Stein weg. Der Stein passt ja sehr schön hier rein. Den will ich hier drin haben. Der Felsen ist ja wie gemocht hier. Ähm... Drei. Ja, ja. So wird das. Äh, vielleicht hätten wir es doch lassen sollen. Aber vielleicht kommen wir noch ein bisschen raus. Momentchen. Zwei. Ja, ja. so das geht ja ganz schön voran hier was moment hier so es geht voran weiter wir müssen eine ebene finden ihr wisst bescheid ich bin sauglich kaputt müssen wir natürlich gleich reparieren das darf nicht sein aber es sieht schon nicht schlecht aus im moment hier gehört noch ein bisschen weg das hängt in der luft jetzt felsen darf schon drin sein so wie sieht es denn jetzt hier aus das sieht schon sehr gut aus jetzt geht es hier gerade rum passt doch ein bisschen so wir sehen uns dann in der nächsten Folge Freunde weil die Folge ist wieder rum und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten bis dahin aus dem X-Stream Studio bleibt gesund euer Rubin sagt danke fürs Zusehen abonnieren kommentieren Daumen nach oben und die Glocke alles in einen dann seid ihr immer auf den Neuesten weil es können immer wieder mal eine zweite Folge am Tag hinaus kommen nicht nur eine auch mal zwei kann auch mal sein dass eine nicht kommt an einem Tag Momentchen von daher so wisst ihr es immer so ihr erfährt es immer wenn ihr die Glocke betätigt wenn ihr abonniert wenn Folgen rauskommen weil es kann sein dass manchmal keine kommen sondern vielleicht anders oder ich keine Zeit habe aber wie gesagt unter dem Video ist meistens die Info für Facebook auch noch und so weiter also von daher müsst ihr da immer könnt ihr da immer am Laufenden sein deswegen sage ich es euch abonnieren Glocke betätigen dann seid ihr immer dabei wenn eine zweite rauskommt oder so oder mal keine aber dann sehen wir uns eben beim nächsten Mal bis dahin ciao aus dem XM Studio euer Robin danke fürs Zusehen und bleib gesund ciao garanti how 2 0 aber 0 Vielen Dank.